Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, oh, da hinten, ja, wir haben ja keine Runde. Let's play, Berg, yeah, Aufstieg vom Berg, und so. Es hat sich so einiges getan, zum einen auch, weil wir jetzt Ohnertan wieder zurück haben, in elf Minuten, da können wir uns ungefähr die Zeit abmessen, das ist sehr gut. Und wir haben 1,8 Millionen Fisch, da hinten ist das Ei, dummes Sau. Wir schicken uns dann direkt los, weil wir haben hier einen Exklusivdrachen, und den will ich unbedingt haben, weil der ziemlich gut ist an sich. Aber ich hab keinen Bock, jetzt nochmal so viel Kohle auszugeben. Deswegen immer weiter ausprobieren, zweimal kann ich das im Endeffekt noch machen. Und Butch, 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 bisschen Fisch eingesammelt, Butch. Und unser anderer Exklusivdrache ist auch wieder da, wir sind nicht am Start. Butch, wir können jetzt alle losschicken, an Holz, ich weiß, 3 Millionen Holz haben wir eigentlich hier oben schon, was machst du das, Skyline? Ganz einfach, die nächste Aufgabe ist nämlich, 7 Drachen auf Level 42 zu bringen. Und wenn ihr jetzt nach und nach hier gut aufpasst und die Levelanzahl halt hier begutachtet, werdet ihr ganz klar sehen können, okay, Moment, der hat ja schon 7 Drachen auf Level 27, und deswegen können wir auch die Metalle mit 2,95 Millionen Holz aufwerten. Und wir sehen schon, Boots auf Einschlag ist komplett weg. Und ja, damit ihr das schon mal auch wisst, also wie gesagt, paar Drachen sind auf Level 42 schon. In 24 Stunden ist das fertig, ach du Scheiße. Die Metalle braucht jetzt ein bisschen länger, ja, es hat sich jetzt alles so ein bisschen auf ziemlich lange hochgepusht. Das heißt, es braucht jetzt alles immer so ein paar Stunden, bis die alle fertig sind mit allen möglichen Gedönse. Und die Metalle können wir, ach, die Metalle sag ich schon, das hier können wir jetzt noch, also die Trainingshalte können wir noch einmal einziges Mal aufrüsten, 3 von 4, Slot. Das heißt, danach kommt irgendwas anderes anscheinend. Und nach und nach können wir natürlich dann jetzt auch das hier aufrüsten, dann halt später, was brauchen wir denn, 425 Wikinger, okay. Das heißt, wir müssen dann erstmal alles, was wir hier rausbauen können, um halt die Wikingeranzahl zu erhöhen, erstmal hier rausklatschen. Derweil werden wir mal kurz ein kleines Kämpfchen gegen Drago machen. Mit diesen Schiffen werde ich den Drachen das Fürchten lehren. Und dabei handelt es sich nicht mal um meine größten Schiffe. Super, wir können die noch alle verwenden wieder. Ich kann ja mal kurz zeigen, welche auf 42 sind. Der ist normal 34, der ist 42, 42, 42, 42. Und die beiden sind am Trainieren. Der ist auf Level 42, 42, 42, 28, 33, 34, 28, 34. Also es geht langsam vorwärts, mit allem möglichen. Oh gut, da haben wir noch ein bisschen halt übrig. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich rausgeflogen, okay. Ja, so ein bisschen Verbindungsprobleme hat Berg ab und zu mal. Das ist ein bisschen zum Ankotzen. Einmal hat ich es auch so gehabt, dass dann halt mein ganzer Spielstand plötzlich komplett weg war. Ich musste so weiter so lange spielen, bis ich halt mich bei Facebook anmelden sollte. Und dann haben sie halt meinen Spielstand wieder draufgeschmissen. Deswegen, manchmal schmeiß ich halt bei meiner Freundin Bloody Rose, hat das auch schon öfters gemacht. Also wirklich komplett den Spielstand gelöscht. Es ist halt wirklich verdammt wichtig, dass ihr euch bei Facebook anmeldet. Weil dann das Spiel besser gespeichert ist. Also es lohnt sich halt in der Hinsicht schon. Okay, hier haben wir die beiden neuesten Dinger hier. Die Valentinstaggedönse, Fischlern-Sammlung, 1,5 Millionen Fisch. Und Armour-Fleisch-Crops. Hab alle da. Ich kann ja auch ungefähr mal in meiner Sammlung sehen, wie weit, was wir jetzt alles so haben hier bis jetzt. So, hier, zack. Das hier geht jetzt auch langsam aufs Ende zu. Das hier haben wir fast komplett. Und das hier haben wir fast komplett. Und das können wir uns jetzt mit dem nächsten Drago hier machen. Start bitte. Zack, 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 zack. 34.000. Klappt's jetzt? Ja, jetzt kommt Sound. Jetzt hat's geklappt. Okay. Überspringen. Wir lassen die Drachen ungefähr von hier aus angreifen. Die mahnen sich hier breit. Sobald ein Schiff weg ist, machen wir das hier. Und zerstören wir hier die drei Schiffe. Hier die drei Schiffe. Sehr schön. Er verliert ordentlich an Schaden hier. Dann drehen wir uns mit auf den hier. Und dann haben wir das auch schnell erledigt. Wir verlieren keinen Drachen. Und wir haben alle drei Schlüssel. Sehr schön. Die Drachen sind ordentlich gut trainiert. Also den lutschen wir richtig gut weg. Weiter. So, ich brauch' einmal nur fünf, ähm, Zahnräder. Verwoll. So, einmal Schleichwerbung. Auch die Drachen, die entkommen, werden meine Schiffe zu fürchten lernen. Dann, beim nächsten Mal dann, sammle deinen Belohnen rein. Wir nehmen die hier, die hier und die hier. Oh, da haben wir Glück gehabt. Nein, danke. Es sind nur 28.000 Holz gewesen. Da haben wir ja Glück gehabt. Aber das heißt jetzt auch, dass wir jetzt eigentlich um eins geschafft haben. Nein, da fehlt noch was. Fuck. Beim Knochenräuber. Oh, verdammt. Darauf hab ich gar nicht geachtet. Sist du? Da dachte ich, dann könnten wir das jetzt auch noch machen. Scheibengleis, da hab ich gar nicht beachtet, sist du? Hiervon bauen wir noch vier Stück. Die finden wir aber nicht so einfach. Ja, das ist eigentlich so, was wir jetzt eigentlich so alles haben. Dann haben wir hier natürlich in der Halle noch ein bisschen was zu bieten. Ich hab hier ein bisschen aufgeräumt von den Drachen, die ich wirklich jetzt vier, fünf habe. Ich hatte jetzt von den Regenschneider zum Beispiel vier oder fünf Stück gehabt. Ich wusste einfach nicht, warum ich davon so viele habe. Der hier, der Rumpelhorn, der ist leider nicht so genial. Also von daher hab ich es auch nicht jetzt weiter trainieren lassen. Von den Werten her finde ich nicht so gut. Das sind so Drachen halt, die man so nach und nach halt im späteren Verlauf halt aufleveln kann halt. Aber jetzt so für den jetzigen Gebrauch muss ich mich erstmal darauf konzentrieren, überhaupt was hochzuleveln. Erstmal die Mähteile voranzubringen, damit ich das hier aufrüsten kann, damit die Drachen stärker werden kann, damit ich das hier aufrüsten kann. Und so wie es aussieht im späteren Verlauf kommen wir dann zur Valka, die uns dabei hilft, das legendäres Training, oder wie das heißt. Oh, Entschuldigung, wir haben halb zwei morgens, bin ich ein bisschen müde, das sei mir gegönnt. Also ich kann mich bis jetzt nicht beklagen, was meine Ausbeute an exklusiven Drachen angeht. Sammlung? Die gehört mir auch gar nicht, die muss ich ja immer noch finden. Entschuldigung. Ich muss im Besitz gucken. Entschuldigung. Hier die exklusiven, also kann ich mich bis jetzt nicht beschweren. Bis jetzt fast alle, bis auf einen habe ich bis jetzt nicht bekommen von den exklusiven. Hier vorhin gab es ja zwei Varianten und das ist der bessere, also von daher bin ich da auch vollkommen befriedigt mit. Und dann gab es zwei weitere, so ein Skrill gab es hier. Und was gab es denn noch, ein Skrill? Und ein anderer, ich weiß nicht mehr was. Und jedenfalls habe ich davon leider keinen bekommen. Schade. Aber Witze machen. Ja, jetzt ist nämlich das Problem, erst mal hatte ich immer viel machen können und kam halt mit dem Holz und sowas gar nicht mehr sozusagen hinterher. Jetzt muss ich halt immer Ewigkeiten warten, aber irgendwann, wenn ich dann halt wirklich gut gelevelt habe und gut alles aufgebreitet habe und sowas, dann wird alles ein bisschen fixer gehen. Und dann kann ich nämlich mehrere Sachen gleichzeitig machen, dies, das, jenes, bam bam, ihr wisst Bescheid. Bevor wir hier bald die Akademie komplett fertig gerüstet haben, zwei Drachen sind gerade im Training, die beiden Exklusivdrachen sind drin. Und dann dauert das nicht mehr so lange, dann kann ich dann auch diese hier um eins aufflaven wieder, dann haben wir nämlich noch, dann haben wir acht Sägeplätze und dann die Fischhütte um eins erhöhen, dann haben wir auch acht davon. Die ist hier hinten gewesen, ne? Ja, hier. Die und die haben wir dann noch hier. Ja, ich bin echt gespannt, wo das noch alles hinführen wird, weil ich das halt von diesem Absillauer, wie der Typ hieß, gesehen habe. Alter Schwede, der konnte ja, was weiß ich, 500 Millionen Fisch oder sowas konnte er schon suchen, bis zum Gehtnichtmehr. Und hatte die übelsten Drachen auf Level 80 und so einen Scheiß und war auch gerade mal so weit mit dem, wie ich jetzt bin. Von daher habe ich mir gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich rein und noch aufs Leveln, bis zum Gehtnichtmehr. Und wir sehen jetzt, das Paket ist gleich zu öffnen, kann man gleich öffnen. Und dann haben wir unsere zehn Minuten knapp rum. Weil letztens habe ich ein paar Mal zu lange gemacht, 20 Minuten oder sowas. Und ja, das will ich jetzt nicht unbedingt. Nochmal mal, das ist ja eigentlich nur so wirklich mal so nebenbei, ein bisschen informieren, bla bla bla, wie ja später und sowas aussehen. Und ja, ein bisschen längere Zeit hat, nicht mehr gemacht. Und deswegen dachte ich, mir informiere ich jetzt hier nochmal. Sobald ich hier alles wieder aufgebaut habe, alles aufgerüst habe, mache ich nochmal so ein Kinds-Info-Video. Und ja, in 14. Dann können wir gleich öffnen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Wow, okay, wir öffnen. Was haben wir? Was haben wir, was haben wir, was haben wir, was haben wir, was haben wir? Ich habe da nicht mehr geklickt. Eine Rune, 30.000 Holz, 30.000 Fisch, drei Runen und einen Regenschneider. Sag ich doch. Ich kriege den verdammt oft, den Regenschneider. Der ist auch saugut. Aber so oft, wie ich den bekomme, brauche ich den nicht. Ich meine, ich hatte den letztens erst schon viermal und jetzt habe ich den schon wieder dreimal. Allein hier drin. Eins, zwei, drei. Aber der Regenschneider ist auch eigentlich gut. Also von dem kann man ruhig eigentlich nochmal einen trainieren. Wir können ja mal kurz gucken, was wertetechnisch bei ihm bis zum Ende geht, bei Level 100. Soll jetzt demnächst erhöht werden, dass wir mehr als nur Level 100 machen können, was ich natürlich geil finde. Aber man muss natürlich ohne Zeit auch immer weiter neue Drachen finden können. Und ich weiß nicht, wann da mal das Ende sein soll. Also wir sehen hier 1,63 Millionen Fisch und Holz und 1416 Distanzangriffsstärke. Also da lohnt es sich halt schon mal, den zu trainieren. Von daher werde ich wahrscheinlich auch trotzdem noch ein zweites Mal ein bisschen hochpushen. Aber halt immer nur den gleichen will ich halt nicht haben. Hier sind wir jetzt schon wieder dreimal. 625 Holz. Komm, wir können ihn einfach jetzt mal trainieren lassen. Dauert zehn Minuten. O.T. Okay, Leute. Dann bedanke ich mich erst mal bei Bis hierhin für's Zusehen. Wem mal schrot, alles in die Kommentare. Und demnächst gibt's auf meinem Stream ein Gewinnspiel zu Downloadcode.mu. Also gerne mal beim Stream vorbeischauen. Und mit etwas Glück den Downloadcode abstauben. Und dann hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online dann. Tüddeloo. Tschüss.